schönen guten abend meine damen und herren vielen dank aber auch heute abend kommen die hauptpersonen erst danach und diejenigen die gestern schon da war herzlich willkommen zurück und diejenigen die heute neu sind willkommen hier bei unserer vortragsreihe diejenigen die da waren wissen schon ich muss jetzt einen schritt nach rechts gehen weil sonst sehe ich blass aus das mache ich auch also in diesem sinne jetzt sehe ich sie auch besser noch einmal herzlich willkommen ja die sieben größten probleme der mathematik die millenniums probleme größer kann man das vielleicht gar nicht ansagen das sind aber nicht meine worte das sind die worte der vortragsreihe der bundesweiten vortragsreihe die ausgehend von der jungen akademie und der dmv organisiert sind und hier im moment in der uni bonn im hausdorf center for mathematics hier am lvr museums standort begrüße ich sie recht herzlich zum zweiten tag unserer dreitägigen reise zum thema die riemannsche vermutung ja sie wissen die drei tage sind bei uns vier tage lang wir sind jetzt eigentlich schon bei tag drei weil valentin blomer noch eine schüler und schülerin veranstaltung letzte woche schon gehalten hat gestern haben wir eine wunderbare einführung in das thema gesehen und gehört oder vielmehr vernommen von damaris schindler und valentin blomer die ganz diskret hinten in der reihe sitzen nun in dieser einführung haben wir einen ersten einblick bekommen in die materie und ich glaube es hat uns wirklich allen gut gefallen es waren auch im live stream sehr viele anwesend auch einige hier im raum das habe ich gehört schön dass sie heute jetzt hier sind aber ich grüße auch alle die jetzt im live stream dabei sind was wird uns heute erwarten nun der norbert guckt mich jetzt gerade nicht an aber gleich der norbert schabacher wird hier und heute diesen vortrag halten was lehrt uns die geschichte über die mathematischen probleme auch eine große frage ein historischer überblick über die fragen die vielleicht in mathematik beeinflussen eine solche frage ist die riemannsche vermutung natürlich aber auch zwei andere fragen wird norbert uns gleich darstellen das eine ist die frage der quadratur des kreises schon merkel hat es mehrfach immer mal wieder benutzt ist was gutes glaube ich und auf der anderen seite vermaß letztes theorem oder satz immerhin das hat es auf die großen kinoleitwände geschafft also auch nicht so schlecht riemannsche vermutung hat sogar nach bonn geschafft die drei tage hier und ich glaube wir sind mittendrin die riemannsche vermutung einmal mehr zu verstehen heute wird norbert uns den geschichtlichen ansatz geben und ich freue mich jetzt darauf norbert vorzustellen norbert schabacher ist professor in straßburg aber er hat eine enge verbindung nach bonn er hat hier studiert und er hat hier am max-plank-institut der mathematik hier in bonn auch geforscht er hat promoviert und habilitiert in göttingen und war danach in berkeley und princeton seit 1991 ist er nun also professor in straßburg mit einigen unterbrechungen seitdem aber in straßburg und er forscht dort wie soll es anders sein in dem gebiet der zahlentheorie natürlich aber auch in einem zweiten gebiet nämlich im gebiet der geschichte der mathematik und genau diese kompetenz zeichnet ihn heute aus um einen solchen verbindenden vortrag zu geben norbert hat mir noch mitgeteilt dass er gerade zwei ganz frische dinge tja mit stolz sagen könnte wenn er es denn sagen würde und ich muss sich vorweg nehmen möchte nämlich zum einen er hat jetzt das buch fertig geschrieben nämlich das buch was auch für die dmv und über die dmv gerade zwei jahre lang auch ihn beschäftigt hat das buch trägt den wunderbaren titel framing global mathematics und es geht darum die dmv darzustellen es geht darum die dmv darzustellen mit dem tja mit dem pendel politik und die mathematik die welt dazwischen sehr spannend ich schaue auf jeden fall rein norbert das wird auf jeden fall toll und zweitens freue ich mich norbert schabacher wir haben ihn gewonnen und zwar haben wir ihn gewonnen für das nächste semester und wir freuen uns darauf insbesondere auch für die anwesenden studierenden aber auch andere können daran teilhaben er wird über die geschichte der mathematik bei uns an der universität bonn am hausdorf center lehren und zwar ein modul ganz offiziell und er wird dabei der erste sein der gefördert wird durch den neuen otto töbletz gedächtnis stiftungsfonds und wir freuen uns dass wir ihn dafür gewonnen haben heute abend meine damen und herren können sie einen nullten vortrag von norbert schabacher genießen norbert die bühne ja vielen dank lieber thoralf guten abend meine damen und herren vielen dank für die einladung nur eine winzige korrektur das buch framing global mathematics ist wirklich global hat nichts direkt mit der dmv sondern mit der international mathematical union zu tun für die ich dieses buch geschrieben habe aber darum geht es heute nicht heute wir kommen gleich zum thema geht es darum was man aus der geschichte lernen kann und insbesondere mathematische probleme und das wissen sie vielleicht auch von sich selber dass das nachdenken darüber was man aus der geschichte lernen kann oder wie die art der beschäftigung mit der geschichte sein muss damit man möglicherweise was lernen kann zu auseinandersetzungen führen kann oder schwierig sein kann vor kurzem unterhielt ich mich mit einem historiker professor neue geschichte an einer deutschen universität über unsere zeit im laufe des gesprächs fragte ich ihn wir als historiker sich die entwicklung denke er antwortete mir sei nicht aufgabe des historikers entwicklungen im voraus zu sehen der historiker seien ihm keine propheten ihre aufgabe sei es das was geschehen sei möglichst wahrheitsgetreu festzuhalten oder zu ermitteln ich erwiderte ihm ich hätte von der aufgabe eine andere meinung ich sei der auffassung die historiker namen jan professor der neueren geschichte müssten wenigstens den versuch machen auf dem wege von analogieschlüssen aus dem geschehen unserer zeit sogar unserer tage zu erkennen wohin der lauf der entwicklung wahrscheinlich von wem ist das von wem stammt dieses zitat ich habe es extra für bonn gewählt konrad adenauer beginnt seiner memo an nun gut ich im sinne dieses gegenüber von einem politiker der durch die historiker etwas hilfestellung haben möchte und dem historiker der mehr darauf besteht dass er sein fach betreiben kann bin ich natürlich zunächst mal auf der seite des historikers andererseits kann ich nicht leuchten dass der wunsch etwas zu lernen und dass dies beschäftigen mit der geschichte nicht völlig zwecklos sei natürlich auch irgendwie berechtigt ist und die art wie die beschäftigung mit vergangenen uns bereichern kann in bezug jetzt auf mathematische probleme will ich andeuten wie toral schon gesagt hat durch kurze diskussion von drei verschiedenen fällen die quadratur des kreises damit fangen wir an also erst einmal die quadratur des kreises ist natürlich möglich und das wussten auch die sogenannten alten griechen schon man nehme die quadratrix des hippias die quadratrix des hippias ist eine kinematische oder mechanische kurve also was sie haben sie haben erstmal ein quadrat also ab ist genauso lang wie ad und dann können sie also den viertelkreis mit dem radius ad oder ab um das zentrum a machen und können einen punkt hier von d gleichmäßig runterlaufen lassen bis b und gleichmäßig selbe geschwindigkeit und in demselben maß wie dieser punkt über diesen viertelkreis runterläuft lassen sie diese waagerechte die erst ganz oben gleich dc ist so langsam gleichmäßig runter und sie schlägt genau dann auf der unteren kante ab auf wenn der punkt p in b angekommen ist das können sie mechanisch realisieren indem sie naja nicht zwei lineale sondern so zusammengekettete dinge haben hier so eine schraube und am anfang steht dieser schräge winkel ganz senkrecht der hat also genau die länge ad dieser waagerechte der wird hier an dieser und an dieser seite geführt und dann drücken sie das so gekoppelt da ist eine schraube drin die sich allmählich hier im allmählich hier an diesem bogen weiter drückt je nachdem wie tief der der waagerechte balken sich senkt und so realisieren sie diese kurve die hier fett gezeichnete kurve die dann unten in t auf die grund auf den grundrand auftrifft und das ist die quadratrix des hippias und die heißt natürlich deshalb quadratrix des hippias weil man sie unter anderem für die quadratur des kreises so wie soll ich ihnen das jetzt erklären dass man die für die quadratur des kreises benutzen kann das mache ich jetzt völlig anachronistisch historiker hassen das sehr zurecht also ich erläutere ihnen jetzt nicht das würde viel zu lange dauern wie hippias sieht dass man mit dieser kurve irgendetwas für die kreiskaulatur gewinnt sondern ich sage einfach sie parametrieren sie parametrisieren den viertelkreis mit cosinus und sinus kennt ja heute jeder hippias kannte das nicht und dann stellen sie einfach fest der beweis ist nicht schwer ich lasse ihn aus dass das verhältnis dieser gesamten strecke a b zu dem stück a bis zu dem punkt wo die kurve auftrifft a t genau pi halbe ist und damit haben sie p und damit haben sie praktisch den flächeninhalt des kreises sie können das dann noch ein bisschen genauer ausführen mit euklidischem werkzeug also sie können das erstmal hinzoomen so dass zum beispiel die länge a t genau gleich zwei ist dass das nichts ändert an der geometrischen lösbarkeit oder nicht lösbarkeit des problems liegt daran dass wir die strahlensätze haben und dann haben sie wenn a t gleich zwei ist aufgrund dieser verhältnisaussage ein quadrat welches genau die länge also die die seitenlänge pi hat und damit haben sie zum beispiel pi diese seite a b mal eine seite der länge 1 hier nach unten haben sie ein rechteck welches genau einmal pi also pi als flächeninhalt hat und wenn man rechte hat kriegt man auch ein quadrat das können sie bei euklid buch 2 proposition 14 nachlesen das ist klassisch so also offensichtlich ist die quadratur des kreises möglich aber wenn politiker davon reden ist sie immer unmöglich also woran liegt das das liegt daran dass sie dann unmöglich wird wenn man sich solcher tollen hilfsmittel wie der quadratix des hippias begibt wenn man sich das verbietet und wenn man also einfach der werkzeug kiste folgt die euklid in den postulaten am anfang des ersten buches für die zweidimensionale geometrie angibt von einem beliebigen punkt zu einem anderen ist eine gerade strecke zu ziehen das ist bei euklid immer so formuliert mach das jetzt aber das heißt das kann man machen das heißt dazu um von einem punkt zum anderen strecke braucht man lineal das nur ein stück holz ein gerades stück holz da darf man das ist kein maß drauf da darf man keine stelle markieren das darf man nicht irgendwie an einem punkt nehmen und dann so wenn wie ich das eben gesehen haben nein nein das ist nur an beide punkte anlegen und die linie ziehen eine gerade strecke beliebig verlängerbar das lineal anlegen die strecke verlängern und das dritte um einen beliebigen punkt mit einem gegebenen einer gegebenen strecke haben wir einen zirkel und können darum den kreis schlagen das sind die drei schritte und wenn man sich in dieser weise seine methodik einschränkt das ist so wie in der musik zwölfton musik man hat ganz feste regeln nur das darf man machen dann ist die quadratur des kreises unmöglich und dann können politiker das in diesem sinne gebrauchen also wir lernen ein mathematisches problem will genau formuliert sein und im laufe der geschichte gibt es da auch diskussionen darüber was quadratur heißt häufig wird das wort einfach genommen als messen einer fläche wie auch immer die quadratur des kreises mit zirkel und lineal im sinne dieser euklidischen regeln ist unmöglich und das wussten die alten griechen nicht dieses hoffnungslose problem wurde also durch jahrhunderte am leben erhalten von verschiedenen zivilisationen in arabischen veröffentlichen und so weiter und wenn man also von unseren heutigen politikern geleitet bei der quadratur des kreises sofort die unmöglichkeit assoziiert muss man sehr vorsichtig sein das ist ja ein ein twist den man im gedankenlichen erst mal machen muss es ist die es wäre eine unmöglichkeit aussage normalerweise ein geometrisches problem ein mathematisches problem wird dadurch gelöst dass man die lösung angibt jetzt muss man beweisen dass es gar keine lösung gibt das ist eine ganz andere nummer sozusagen gut so fängt das ganze an wird weiter gereicht und wir machen jetzt einen großen sprung im 17 jahrhundert wird das ganze und das gilt nicht nur für dieses problem umformuliert in termen von gewissen zahlen von gewissen größen von gewissen konstanten und insbesondere von der zahl die wir heute pinen die ich ja auch schon bei der modernen erklärung der quadratix des hippias benutzt habe ich möchte also heute ich habe einen nachbarn der gerade ausgezogen ist gehabt der hatte der hatte so eine backform in form eines pies die er dann immer im märz an einem gewissen tage benutzte um dann dann kuchen in form also heute ist pi dermaßen bekannt ist sicher auch auf jedem smartphone und so dass dass man das kaum sich denken kann das ist sehr spät diese notation es ist mitte des 18 jahrhunderts ist der lehrbuchautor euler als euler seine ersten sätze beweist die wir heute stolz mit pi aus zum beispiel gestern was im vortrag von damaris vorkam dass wenn man die summe der reziproken quadrate aufwagiert pi quadrat sechstel rauskommt also der wert an der stelle 2 von der riemannschen zeta funktion für die die gestern abend da waren das sogenannte basler problem das euler gelöst hat und daniel bernulli hat es nicht gekonnt da hat er noch nicht die notation pi da sagt er immer ja und der inhalt des kreises und so weiter also es kommt erst in der mitte des 18 jahrhunderts die notation egal wir benutzen natürlich heute und im 17 jahrhundert gibt es insbesondere gottfried wilhelm leibniz der was ja auch damals eine gewisse neuigkeit war eine zeitschrift gegründet hat acta eruditorum und in dem jahrgang 1682 veröffentlicht er einen artikel in dem es dieses bild gibt das muss man verstehen also erstmal diese römisch drei da in der mitte heißt einfach das ist die dritte illustration zu seinem artikel die hat keine mathematische bedeutung dann steht hier in römisch 1 da sieht man also dieses quadrat was da links hingezeichnet sein soll ist ein einheitsquadrat seitenlänge 1 fläche 1 und dann steht da ein spruch numero deus impare gaudet das stammt von vergil aus dem bucolica das ist eigentlich ein ziemlicher witz bei vergil weil es geht darum bucolica das hirten gedichte da werden dann wird hier ein altar geschmückt mit verschiedenen farbigen bändern und so weiter und es sind drei bänder naja ich bestreite nicht dass drei eine ungerade zahl ist aber von der tatsache dass man einen altar mit drei bändern schmückt dann gleich darauf sagt gott freut sich an jeder ungeraden zahl egal so steht es bei vergil das ist richtig und das zitiert leibniz und dann gibt er eben hier so das ist hier rechts der ins einheitsquadrat eingeschriebene kreis der da rein passt das ist also der kreis mit radius 1 halb einheitsquadrat hat länger 1 und deshalb ist seine fläche nicht wahr wenn man den radius ändert dann ändert sich der flächen des kreises mit dem quadrat des radius also pi viertel und diese in unserer heutigen notation und dieses pi viertel hat leibniz durch diese unendliche reihe wo lauter ungerade zahlen auftauchen alternierende summe aller reziproken ungeraden zahlen eins minus ein drittel plus ein fünftel minus ein siebbel plus ein neuntel minus ein elftel und so weiter bis unendlich das gibt genau pi viertel da war er sehr stolz darauf sehr zu recht und das gibt also einen expliziten ausdruck für zumindest den flächen innerhalb dieses kreises der dazu führt dass also in der literatur des 18 19 jahrhunderts wenn es um kreis kurater tour geht meistens von den ungeraden zahlen die rede ist über die sich gott so freut nun machen wir ein sprung von ungefähr 100 jahren und landen in der zweiten hälfte des 18 jahrhunderts und kommen zu johann-heinrich lambert der von begeisterten Elsässern der elsässische Leibniz genannt wurde. Er selbst nannte sich Mülhusino Helveticus, weil er aus Mühlhausen bei Basel stammte und das war eine Stadt, die sich damals sehr an die Schweiz annäherte, nach der französischen Revolution dann völlig französisch wurde. Das ist also Johann Heinrich Lambert und er hat zum Beispiel hier im Jahre 1770, hier rechts zeige ich das, aber nur eine Seite, eine Arbeit auf Deutsch, eine Veröffentlichung auf Deutsch über die Quadratur des Zirkuls, wie er sagt. Und da sehen Sie hier zum Beispiel einen Ausdruck von einem gewissen Wert der Tangensfunktion ausgedrückt als unendlicher, das ist der Anfang nur als unendlicher Kettenbruch, wo wiederum nur ungerade Nenner jeweils auftreten. Wie auch immer, er hat sich damit beschäftigt und sein Ergebnis, dass er dann in diesem, also die Vorjahsschrift war auf Deutsch, das Ergebnis veröffentlicht er auf Französisch in den, wie das Friedrich II. ja auch immer schätzte, in den Berichten der Berliner Akademie, wo er eben beweist, dass die Zahl Pi, die ja jetzt eine solche Rolle übernommen hat für das Quadrierungsproblem, irrational ist. Sie ist nicht der Bruch zweier ganzer Zahlen. Und schon vorher, 1754, genau in der Mitte des 18. hat Jean-Étienne Montuclar, der wenige Jahrzehnte später die erste Mathematikgeschichte schreiben wird, in der Neuzeit, ein Buch über die Geschichte der Quadratur des Kreises geschrieben, wo er insbesondere sagt, dass dieses Buch als präservativ, das ist überhaupt nicht anzüglich, er meint damit, das soll die Leute davor bewahren, dass sie versuchen, den Kreis zu quadrieren. Also Lambert hat jedenfalls bewiesen, dass Pi irrational ist und am Ende seiner Arbeit gibt er seine Überzeugung, Ausdruck, dass Pi nicht nur irrational ist, sondern auch nicht von rationalen Zahlen ausgehend dadurch erreicht werden kann, dass ich endlich oft irgendeine Quadratwurzel ziehe. Sehen Sie, mit Zirkel und Lineal können Sie Quadratwurzeln ziehen. Diagonal im Einheitsquadrat ist Wurzel 2 und so weiter. Und das zu zeigen, dass der Kreis nicht quadrierbar ist, übersetzt in Zahlensprache ist genau, dass Pi von rationalen Zahlen ausgehend nicht durch endlich viele Quadratwurzel ziehen erhalten werden kann. Das sagt er, davon ist er überzeugt, aber er kann es nicht beweisen. Immerhin ist die Stimmung mittlerweile so gekippt, dass ab dem Jahre 1775 die Pariser Akademie keine Zuschriften von Kreisquadrierern mehr annimmt, weil sie davon einfach überlastet. Das ist sehr interessant in der Geschichte eines Problems bis dahin. Dazu passt Ernst-Eduard Kummer, ein großer Zahlentheoretiker in Berlin aus dem 19. Jahrhundert. Ich mache wieder einen 100-jährigen Sprung nach Lambert Arbeit. Es ist eine Rede zum Leibniz-Tag. Leibniz hat ja die Berliner Akademie angeschlossen, also Leibniz-Tag der Berliner Akademie. Da sagt Ernst-Eduard Kummer im Jahre 1867, die Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises mittels Zirkel und Genial ist aber bis jetzt noch nicht bewiesen worden. Man hat ja ein gewisses Recht, dieselbe noch ferner zu suchen. Von diesem Rechtehaber haben schon seit Leibniz die bedeutenderen Mathematiker fast nie mehr Gebrauch gemacht. Dagegen haben seitdem allerhand unwissenschaftliche Menschen, wenn sie in ihrer Jugend etwas elementare Gnometrie gelernt hatten und später von der fixen Idee ergriffen wurden, ihren Namen durch eine große mathematische Entdeckung berühmt zu machen, sich an der Quadratur des Kreises versucht und haben mit ihren Zirkeln und Linealen bewaffnet den Gipfel des Ruhmes erstürmen wollen, das einzige Instrument aber, mit dem man in der Mathematik vorwärts dringen kann, er wird etwas arrogant hier, den Verstand zu gebrauchen, haben sie durchgängig sich nur wenig bemüht. Besonders die Akademien werden mit unglücklichen Versuchen, und diese Art belästigt, welche sich bei der Pariser Akademie in so bedenklicher Weise gehäuft haben, dass dieselbe schon vor längerer Zeit den Beschluss gefasst hat, alle Zusendungen, welche von der Quadratur des Kreises an, einfach in den Papierkorb zu verweisen. Wenn gegenwärtig noch wissenschaftliche Forscher mit diesem alten Problem sich beschäftigen sollten, so würden sie die Frage ganz und gar nicht als eine geometrische, da hat er allerdings recht, sondern lediglich als eine algebraisch-analytische und zugleich der Zahlentheorie Angehörende aufzufassen haben. Es würde sich zunächst nur darum handeln, ob die Zahl Pi überhaupt Wurzel einer algebraischen Gleichung mit ganzzahligen Koeffizienten sein kann oder nicht. So, und dieses, diese stärkere Aussage, also vorher hatten wir die Aussage, man startet mit rationalen Zahlen, endlich oft darf man Quadratwurzeln ziehen, aus dem, was man bis da in dem jeweils vorigen Schritt erreicht hat, kriegt man auf diese Weise irgendwann Pi. Jetzt wird viel radikaler gesagt, wenn wir zeigen, dass Pi überhaupt keiner algebraischen Gleichung genügt, Folge von Quadratwurzeln oder ganz egal, dann kann der Kreis jedenfalls nicht quadrilweise sein. Genau das wird dann von Lindemann 1882 deshalb bewiesen, weil es eine sehr gute Vorlage dazu von Charles Hermit gibt, der Ähnliches für das Euler'sche E, also das E von der Exponentialfunktion gemacht hat. Dieses beweist er. So, was lernen wir aus all dem? Ich gehe sehr schnell vor, weil ich auch noch zu anderem kommen möchte. Die Lösung eines mathematischen Problems kann sehr lange auf sich warten lassen. Zweitens, das Problem wird im Laufe der Zeit umgedeutet, umformuliert, in neue Theorien, in diesem Fall die Infinitesimalrechnung, in Zahlensprache eingebettet. Preisverleihende Akademien verloren 100 Jahre vor der Lösung des Problems das Interesse an Laienarbeiten, die die neue Einbettung ignorierten. Also die Einbettung war stärker als der wirkliche Beweis. Die Lösung von Lindemann, als sie dann gelang, 1882, und damit die Unmöglichkeit der Kreisgradatur so bewiesen war, dass auch Politiker darüber reden dürfen, die Lösung bietet ein Overkill gegenüber dem, was ursprünglich vermutet wurde. Der Overkill wäre, weil ich ja zeige, wie in der heutigen Sprache, Pi ist eine transzendente Zahl. Es gibt überhaupt keine algebraische Gleichung, der Pi genügen kann mit rationalen Koeffizienten. Nicht nur spezielle mit Quadratwurzeln und dergleichen. Das ist eine viel stärkere Aussage, ein enormer Overkill, mit dem ich das Problem erschlage. Wenn man sich jetzt fragt, könnte ich denn das Euklid erklären, da hätte ich meine Schwierigkeiten. Euklid war sicher sehr klug, aber wenn man das zehnte Buch der Elemente, das allen Leuten solche Angst und Schrecken eingejagt hat, Kepler und so, wo versucht wird, eine Klassifikation verschiedener Irrationalzahlen, wenn ich mir das anschaue, oh Gott, da hätte ich sicher Schwierigkeiten, diesem Autor zu erklären, was eine transzendente Zahl ist. Weil, gut, okay. Umgekehrt, dieser Gedanke kam ja erst, als ich diesen Text hier schrieb. Ich habe mir nie versucht, das zu überlegen, aber es ist gar nicht so leicht, einen Beweis zu geben, der wirklich nur zeigt, dass der Kreis nicht quadrilbar ist und nicht gleich viel mehr zeigt, nämlich dass Pi transzendent ist. Ich kenne jedenfalls keinen. Die Sätze von Hermit und Lindemann, also Transzendenzresultate für gewisse Zahlen, konstanten, spezielle Werte von Funktionen, gehören einem, ich sage, diffusen Teilbereich der Mathematik an, weil er manchmal seine Methoden ändert, aber es gibt einen gewissen Grundbestand an Methoden, von der, das sind es eben die Theorie der transzendenten Zahlen, die sich eben konstituiert hat seit Ende des 19. Jahrhunderts und heute durchaus erfolgreich weiterarbeitet. Und es gibt aber noch sehr viele Zahlen, deren Transzendenz man selbstverständlich vermutet und weit davon entfernt ist, sie beweisen zu können. Fermas letzter Satz. Das wird jetzt sehr schnell gehen. Ich nehme mal an, dass Sie auch was davon gehört haben. Also es geht darauf zurück, dass Pierre de Fermat, egal wann er jetzt geboren ist, am Rand seiner Ausgabe von Diofants Arithmetik, neben dem Problem 8 des zweiten Buches, so eine Randbemerkung, da ist sie auf Lateinisch und von mir ins Deutsche übersetzt, gesagt hat, wo er, also das Problem dreht sich darum, dass man, das was man heute Pythagoreische Trippeln, also ganzzahlige Lösungen von Seuchengleichungen, ich habe ein paar hier unten hingeschrieben, für die Gleichung x² plus y² gleich z², findet, davon gibt es unendlich viele, das wussten in gewissem Sinne schon die Babylonier, ich mache schnell, aber wenn man jetzt statt x², y², z² zum Beispiel, x hoch 3, x hoch 5 und so weiter nimmt, oder auch x hoch 4 sagt ja auch Quadrato, Quadrato, dann behauptet Fermat, gibt es keine solchen Lösungen, außer entweder x oder y sind 0, das ist dann trivial. Und das war der Fermat'sche Satz, und er behauptet in dieser Randbemerkung, dass er von dieser Tatsache eine Demonstration, eine Mirabilem Sane, die Texte, einen wunderbaren Beweis, aber leider ist der Rand zu schmalen, um den Beweis aufzuschauen. Und Gauss war da nicht so begeistert von diesem Fermat'schen Problem, 1816 in einem Brief an Olvers, ich gestehe zwar, dass das Fermat'sche Theorem als isolierter Satz für mich wenig Interesse hat, denn es lassen sich eine Menge solcher Sätze leicht aufstellen, die man mir beweisen noch widerlegen kann. Allein bin ich doch dadurch, und zwar durch das Preisausschreiben der Pariser Akademie für eine Lösung des Fermat'schen Problems, damals, Anfang des 19. Jahrhunderts, veranlasst, eine alte Idee zu einer großen Erweiterung der höheren Arithmetik, also Zahlentheorie wieder vorzunehmen, freilich gehört diese zu und so weiter. Allein ich bin überzeugt, wenn das Glück mehr tun sollte, als ich erwarten darf und mir einige Hauptschritte in jener Theorie glücken, auch der Fermat'sche Satz, nur als eines der am wenigsten interessanten Korollarien dabei erscheinen wird. Das heißt, Gauss hat das nicht gemacht, nicht geschafft, also er hat es nicht geschafft, Punkt, aber die Art, wie er es einordnet, spielt auf das an, was sich bei dem früheren Problem als Overkill angesagt hat. Im 19. Jahrhundert gibt es mehrere Personen, die Forschungsprogramme in Richtung auf den großen Fermat in Bewegung setzen. Sophie Germain erwähne ich deshalb, weil es ja so viele Frauen nicht gibt. Sie ist auch kein Role Model für heutige Mathematikerin, weil sie eben einfach privat zu Hause arbeitet, genug Geld hatte und es sich leisten konnte, sich nur um Mathematik und Physik zu kümmern. Übrigens hat sie auch mit Gauss korrespondiert über andere Fragen der Zahlentheorie und um erst mal überhaupt Gauss' Aufmerksamkeit zu erreichen, hat sie unter einem männlichen Pseudonym, Monsieur Blanc, ihm geschrieben und als sie dann nach einigen Jahren, wo der Kontakt gut etabliert war, sich als Frau zu erkennen gab, fand Gauss das lustig. Ernst Eduard Kummer, den wir schon mal gehört haben mit seiner Rede, entwickelte ein sehr weitgehendes Forschungsprogramm, mit dem man eine gewisse Anzahl von Spezialfällen des Fermatischen Satzes tatsächlich erledigen kann, aber nicht den ganzen. Nun gut, wie Sie alle wissen, denke ich, das ging ja auch durch die Presse, wurde also von 1995 hat dann Andrew Weiss im zweiten Anlauf, im ersten war noch ein Fehler in seinem, eine unausgeführte Stelle in seinem Argument, tatsächlich eine Aussage in einem, ich möchte fast sagen, ganz anderen Gebiet der Mathematik über elliptische Kurven, die über den rationalen Zahlen definiert sind, bewiesen und aus denen folgt Fermat. Das ist also ein so gigantischer Overkill, das hat mit dem, was wir im Fall von der Quadratur des Kreises gesehen haben, gar nichts zu tun. Es ist viel, viel, viel schlimmer, die Differenz zwischen dem, was bewiesen wird, und dem kleinen Spezialfall, der von Fermat vermutet wurde. Ich möchte noch, um dann jetzt zu Riemann zu kommen, ganz schnell diese weiteren Punkte vorlesen. Es gibt so gut wie keine Anwendungen, die mir jedenfalls bekannt sind, vom großen Fermat. Fermat hat wirklich, diese fermasche Vermutung hat wirklich nur die Rolle des Anstachlers gespielt, hat Leute dazu bewegt, Theorien zu entwickeln, aus denen man das folgern könnte, während der Satz an sich, genauso wie Gauss es 1816 schrieb, ist auch heute an sich nicht interessant, während der Satz, den Weils bewiesen hat, im höchsten Grade Anwendung im Bereich der arithmetischen, algebraischen Geometrie hat. Was ich sehr kurios finde, ich bin nicht der Einzige, andere Mathematiker auch, ist bis heute, das ist 1995, wir haben 2022, soweit ich weiß, gibt es noch keinen anderen Beweis von Fermat. Es gibt immer nur diese Ableitung aus dem Modularitätssatz von Weils für elliptische Kurven. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. Es ist häufig so, dass wenn ein großes Problem gelöst wird, dann ist sozusagen die Tür aufgestoßen und dann kommen andere, also als Lindemann die Transzendenz von Pi hatte, wenige Jahre später hat David Hilbert eine seiner ersten Veröffentlichungen einen anderen Beweis der Transzendenz von Pi gegeben, als Faltings die modellische Vermutung bewies, zehn Jahre später gab es einen anderen und so weiter. Aber das ist hier nicht der Fall, es ist bemerkenswert. Und schließlich, weil wir ja hier über Millenniumsprobleme reden, ist das das Beispiel, wo es tatsächlich einen analogen Preis, einen Preis, der genau dafür ausgesetzt war, dass jemand das Fermatische Problem löst, nämlich den Wolfskehl-Preis, gestiftet von dem Bruder des berühmten Autors, Karl Wolfskehl aus Darmstadt, der eben von der Göttinger Akademie verwaltet wurde. Als ich Assistent in Göttingen war, kriegte ich Leinenpost und musste die Fehler finden in den Beweisen von Femmer und dann wurde er natürlich Andrew Wiles verliehen. So, jetzt kommen wir zu Riemann. Es gibt diverse Probleme bei Riemann. Dieses Bild rechts steht im Internet, ist Wiki-Comments, es wird aber keine Quelle angegeben, es ist mir bisher nicht gelungen, das ist vielleicht mein Fehler, das zu lokalisieren. Es gibt andere Veröffentlichungen, wo das Spiegel verkehrt ist. Wenn es tatsächlich so sein sollte, weil das die häufigere Version ist, die man sieht, dass das die Zeichnung ist, wie sie im Original aussieht, dann bedeutet das vielleicht, dass Riemann Linkshändler war und dass er einmal im Gegensatz zu allen anderen Bildern die Haare nach links gekämmt hatte und nicht wie sonst immer nach rechts. Auf der anderen Seite, wenn das das Wahre ist, dann trägt er einen Sakko, der nicht so geknüpft ist wie heute und wie auch meistens im 19. Jahrhundert. Deswegen habe ich heute diesen... Ja, so, jetzt... Ich wollte noch... Entschuldigung, ich habe hier der frühere, in seiner Jugend niedersächsische Kultusminister und spätere Verfassungsrichter Ernst Gottfried Marenholz hat mir mal diesen Satz spontan gesagt. Riemann war das einzige Genie, das der Kreis Lüchow-Dannenberg hier hervorgebracht hat. Nun, kurz zum Leben, ganz schnell. Vater protestantischer Pfarrer, Mutter Tochter eines Hofrats aus Hannover, extrem ärmliche, also beschränkte Verhältnisse, sechs Kinder, ein älterer Bruder Wilhelm und vier jüngere Schwestern. Er ist also in Breselenz geboren, dann wird der Pfarrer versetzt nach Quickborn, das ist nur 15 Kilometer, aber so wie das Land damals war, braucht man zwei Stunden, um von Breselenz nach Quickborn zu kommen, also es ist ein anderer Ort. Der Vater unterrichtet die Kinder im Wesentlichen erst selbst, dann mithilfe des Dorflehrers. Bernhard Riemann kommt zunächst aufs Lyzeum nach Hannover, weil er dort, ohne dass das Geld kostet, bei der Oma wohnen kann. Dann stirbt sie aber, dann kommt er nach Lüneburg in das Johannäum. Das ist eine sehr gute Schule und außerdem wird auch erkannt, was für Qualitäten Riemann hat. Er wird vom Mathematikunterricht dispensiert und von dem Mathematiklehrer einfach mit Büchern versorgt, die er in einer extremen Geschwindigkeit liest und versteht. Der Lehrer kann es erst nicht glauben, dann testet er und ja, er hat alles kapiert. Und das Problem von Riemann in dieser Zeit ist, dass er seine Aufsätze, dass er für das Schreiben immer so lange braucht. Das Verstehen geht schneller, aber das Schreiben dauert so lange und das gibt Schwierigkeiten. Und 1844 behauptet er fälschlich, dass er seine Aufsätze für Deutsch und Latein schon fertig geschrieben hätte, um früher in die Sommerferien nach Hause fahren zu können. Die Lüge kommt dann nach den Ferien heraus, darauf kriegt er ein anderes Thema. Und ich möchte Ihnen einfach für die Stimmung, unter der Riemann aufwuchs, einen Ausschnitt aus dem Briefwechsel zwischen Vater und Sohn, in diesem Fall der Vater, zeigen, das ist der letzte Brief, den Vater am Ende dieser Geschichte schreibt. Ich zitiere da, wo angestrichen ist. Vermeide doch ja alles, was dich für die Zukunft mit Besorgnis erfüllt und deine innere Heiterkeit stört. Auch denk daran, dass wenn du in allem dich gut hältst, wir vielleicht auch das Stipendium erhalten, wenn es, also Schmalfuß, der Rektor, dir vorwirft, du seist nicht auf eine wahrhafte Weise zu Werke gegangen und habest dir die Erlaubnis wegzureisen, erschlichen, so fühlst du gewiss, dass er darin nicht Unrecht hat und dass er sich über diesen Fehler noch schonend genug für dich geäußert hat. Möchtest du doch nie wieder den Fehler, die Unwahrheit gesagt zu haben, dir zu Schulden kommen lassen. Auch ein Geringer wie du. Sei wahr, das Kleine ist die Wiege des Großen. Bist du in Verlegenheit, hilft dir nicht durch Umgehung der Wahrheit. Du setztest dich dann in noch größere Verlegenheit und häufest deine Schuld. So schrecklich sind die Folgen der Lüge. In der letzten Nummer des Kulturblattes las ich, dass ein gewisser Joubert im südlichen Frankreich, der zur Hinrichtung aus dem Gefängnis abgeführt wird, sich an mehrere junge Leute gewandt hat mit den Worten, Hüten Sie sich, meine Herren, vor jeder Lüge. Sie ist die Ursache meines jetzigen Schicksals. Das ist der ermutigende Brief, nach dem alles gut gegangen ist. In diesen Bedingungen schreibt sich dann, an den 17-jährigen Riemann, er schreibt es sich kurz danach zum Studium in Göttingen ein, auf geheißtes Phases für Theologie und Philosophie, aber er hört natürlich im Wesentlichen Mathematik. Dann, 1947 bis 1949, weil Göttingen damals wirklich sehr wenig zu bieten hat, geht er zum Studium nach Berlin und trifft da Jakobi und Le Gendierichle, aber insbesondere auch den jungen Gotthold Eisenstein, von dem gleich noch die Rede sein wird. Und wird dann aber Ostern 1949, weil der Vater die politische Situation etwas Angst hat, nach Göttingen zurückgeordert. 1849 kommt der Physiker Wilhelm Weber, der vorher mit Gauss zusammengearbeitet hat und dann als einer der Göttinger Sieben aus Protest gegen die hannoverische Landesregierung und ihre Bildungspolitik Göttingen verlassen hatte, das war 1937 gewesen, er kam dann wieder zurück und wurde wieder in seine Stelle eingesetzt, sodass da über den Kontakt zu diesem Physiker sehr viele interessante Aspekte sich für Riemann ergeben und 1951 legt er seine Dissertation vor, in der er die gesamte, eine völlig neue Darstellung, die Theorie komplexer, die Funktion einer komplexen, veränderlichen und die Theorie der Riemannschen Flächen und den Riemannschen Abbildungssatz entwickelt. Ein großes Werk, 51. Ich verdanke dieses Zitat einem Hinweis von Patty Patterson aus Göttingen. Arnold Sommerfeld, der Physiker, hat im April 1919 in der Zeitschrift die Naturwissenschaften über Klein, Riemann und die mathematische Physik geschrieben und erzählt diese Anekdote. Bei Anekdoten ist es immer so, man weiß nicht, ob sie stimmen oder nicht, aber wenn sie nicht stimmt, ist sie sehr gut erfunden oder nachempfunden. Die Riemannsche Dissertation war seinen mathematischen Zeitgenossen zunächst fremdartig. Sie wurde wohl gelegentlich das Buch mit den sieben Siegeln genannt. Dass sie der physikalischen Denkweise näher lag als der mathematischen, dafür zeugt eine Erzählung meines einstigen ehrwürdigen Aachener Kollegen Wöhner. Er war, wenn ich nicht irre, in den 60er Jahren in den Sommerferien mit Helmholtz und Weierstraß, Weierstraß neben Kronecker, der andere große Mathematiker in Berlin der damaligen Zeit, auf dem Rigi in der Schweiz zusammen. Weierstraß hatte die Riemannsche Dissertation mitgenommen, um diese ihm schwer verständliche Lektüre in der Ferienruhe zu bewältigen. Helmholtz aber wunderte sich über die Schwierigkeiten, die der Fachmathematiker bei Riemann vorfand. Für ihn, den Physiker Helmholtz, war Riemanns Darstellung unmittelbar einleuchtend. Es geht weiter. Wir sind schon bis zur Dissertation gedrungen. Jetzt kommt 1854 die Habilitation. Ausdehnung der Fourier-Analysis, also Darstellung einer Funktion durch eine Trigonometrische Reihe über die Grenzen der Funktionenklassen hinaus, die Fourier beschritten hat. Und dann seine berühmte Antrittsvorlesung zum Zwecke der Habilitation über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen, wo eben der metrische Aspekt des Raumes von dem Topologischen klar geschieden wird. Und diese Riemannsche Denkweise in der Geometrie zum ersten Mal, wenn auch ohne Formeln als allgemeiner verbaler Vortrag angedeutet oder deutlich angedeutet wird. 1858 unternehmen drei italienische Mathematiker, Betty, Brioschi und Cassorati, eine Reise, um Kontakt zur maßgeblichen europäischen Mathematik zu knüpfen. Italien war damals im Prozess, noch nicht sehr weit vor, aber naja, also schon erkennbar im Prozess des Risto Regimento. Und was so merkwürdig ist, dass bei dieser Neugründung der italienischen Nation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade die Mathematiker, auch als Politiker, eine sehr große Rolle gespielt haben. Und in diesem Kontext ist das zu sehen, diese Illustration der Station mit den dort jeweils besuchten Mathematikern im Ausland, von Italien aus gesehen, stammt aus einem Buch von Antonin Durand, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Und in Göttingen machen sie eben Halt und besuchen insbesondere Bernhard Riemann, der also da schon eine Berühmtheit ist, aufgrund von Dissertation, Habilitation, Habilitationsvortrag und dessen italienische Kontakte für ihn vielleicht das Schönste sein werden, was ihm in seinem Leben in dieser Form begegnet ist. Jetzt sind wir also hier und 1859 schließlich ist das Jahr, wo Dirigli stirbt. Dirigli war der Nachfolger von Gauss. Gauss war 1955 gestorben, dann kam Dirigli. Dann starb Dirigli Frau drei Jahre nachher. Das war die jüngere Schwester von Mendelssohn-Bartholdy, also Rebecca. Und kurz danach starb Dirigli. Deshalb wird die Stelle von Gauss wieder frei und Bernhard Riemann wird als Ordinarius berufen. Gleichzeitig wird er eingeladen als korrespondierendes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Und in dieser Eigenschaft kann er in den Monatsberichten der Berliner Akademie Arbeiten veröffentlichen. Und das ist dann eben die Arbeit über die Riemannsche Vermutung. Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe. Sie sehen, also Sie, die Sie gestern hier waren, sehen, es geht los mit dieser schon bei Euler zu treffenden Identität, wo wir rechts die SELTA-Funktion in der Additiven und links das heute sogenannte Euler-Produkt, Produkte über alle Primzahlen haben. Und dann geht es weiter mit Ersentwicklung, Funktionalgleichung, Auszählung auf die ganze komplexe Ebene, so wie wir das gestern so schön mathematisch auch gehört haben. Das ist ein Ausschnitt aus einer Manuskriptseite, die sich im Nachlass von Riemann erhalten hat zu dieser Arbeit. Und die Stelle, die ich hier, ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie das jetzt lesen, aber die Stelle, die ich hier rausgesucht habe, ist die, die hier mit dem Ausrufungszeichen verbunden ist. Hier sehen Sie also die Formulierung der Riemannschen Vermutung, so wie Riemann sie dort gibt. Es ist ein bisschen verdreht. Er verdreht, anstelle direkt Zeta S, die Zeta-Funktion an der Stelle S zu betrachten und S ist ein Halb plus Ti und zu sagen, alle Nullstellen liegen auf der Gerade ein Halb plus Ti, wo T reell ist, führt er die Funktion Xi von T ein. Ein Halb ist ja festgehalten, die einzige Variable ist T und dann kommen noch ein paar Faktoren dazu. Dieses große Pi ist die Notation für die Gamma-Funktion damals. Egal. Und zu sagen, dass alle Nullstellen der Zeta-Funktion auf dieser Gerade liegen, heißt eben, dass Xi von T nur reelle Nullstellen hat. So rum geht es dann ein bisschen. Und das steht also hier, man findet nun in der Tat etwa so viele reelle Wurzeln innerhalb dieser Grenzen und es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Wurzeln von Xi reell sind. Hiervon wäre allerdings ein strenger Beweis zu wünschen. Ich habe indes die Aufsuchung desselben nach einigen flüchtigen, vergeblichen Versuchen vorläufig beiseite gelassen, da er für den nächsten Zweck meiner Untersuchung entbehrlich schien. Wie kam Riemann zu dieser Arbeit, die ja doch sehr anders ist von dem, was wir vorher von ihm, wenigstens andeutungsweise in meinem Vortrag gesehen haben, Antwort, wir wissen es nicht genau, Motivation aus der Physik schwer vorstellbar. Was die Zahlentheorie angeht, stand Riemann der Zahlentheorie nicht sehr nahe. Und auch die Arbeit von 1859 dreht sich in erster Linie um einige komplexe Funktionen, obwohl natürlich vom Titel her klar ist, dass es um die Verteilung der Primzahlen geht. Gleichwohl, laut Gustav Herglotz soll im Gespräch mit seinem Freund Dedekind Riemann, wie immer, schnell wie er war, ihm sozusagen immer ins Wort gefallen sein, wenn Dedekind ihm über seine neuesten zahlentheoretischen Forschungen berichtete, weil er das alles sofort verstand. Also zu sagen, er stand der Zahlentheorie nicht sehr nah, Nun gut, wie auch immer. Es gibt zu dieser Frage, ich äußere mich dazu nicht, ich halte das für schwierig, aber der Mathematiker Henri Vey, der sich viel mit Mathematik beschäftigt hat und der uns auch gleich nochmal begegnen wird, hat eine Hypothese dazu geäußert, wie dieser Zugang von Riemann über die Zeta-Funktion zustande kam, nämlich indem er beeinflusst war von dem Kontakt mit Eisenstein zehn Jahre vorher in Berlin, weil Henri Vey ein Papier Eisensteins entdeckt hat, indem dieser mit dem Beweis der Funktionalgleichung, also Fortsetzung auf die ganze komplexe Ebene, einer anderen Funktion, eine L-Funktion, die ganz analog zu der Riemannschen Zeta-Funktion ist, beweist. Das mag sein, ich bin nicht völlig überzeugt, weil auch die Art, wie der Kontakt zwischen Eisenstein und Riemann hier dargestellt wird, nicht ganz dem Eindruck entspricht, den ich von den Briefen habe, aber es ist gut möglich, dass hier eine der Initialzündungen für Riemanns Überlegungen liegen. Nun war die Riemannsche Vermutung draußen, was passiert? Wie können wir sie heute in der mathematischen Landschaft verorten? Das kann niemand sagen, denn die Verortung wird erst in dem Moment definitiv sein, wenn irgendjemand einen Beweis dafür bringt oder eine Widerlegung und dafür kann ja potenziell noch jeder Teil der Mathematik nützlich sein. Wir haben ja noch keinen Beweis. Aber wie wurde sie im Laufe der Zeit, wir wollen ja aus der Geschichte lernen, eingeordnet? Und da komme ich zu Kronecker. Ich zeige zu gern dieses junge Bild, obwohl es nicht zu dem Datum dieser Vorlesung passt, die er gehalten hat, weil das er für einen Cousin gemacht hat, weil das so wunderschön fesch ist. Vorlesung von im Wintersemester 1875-76, Mitschrift von, also Ausarbeitung dieser Vorlesung nach stenografischen Notizen gemacht von Hettner. Und da heißt es wie folgt, an diese Betrachtung klüpft sich noch eine wichtige historische Tatsache. Es ist, und jetzt sehen wir hier wieder die Riemannsche Zeta-Funktion, statt S steht jetzt 1 plus W, das macht ja nichts, wir formen das um im Produkt über alle Primzahlen und dann formt er es wieder um im Produkt über alle N und schreibt hier C N durch N hoch 1 plus W, wo eben C N immer dann 0 ist, wenn N keine Primzahl ist. Dann bleibt ja von dem ganzen Produkt rechts nur dieses hier über. Gut, durch Vergleichung der Summe und des Produktes müssen in irgendeiner Weise die Koeffizienten C N bestimmt sein. Es muss sich also ein Charakteristikum finden, ob die Zahl N eine Primzahl ist oder nicht. Das ist ja eben das, was wir wünschen. Wir gewinnen so eine Anzahl von Gleichungen für C N, aus denen sich aber nicht viel herauslesen lässt. Riemann hat hieraus in den Monatsberichten der Berliner Akademie wirklich eine Reihe dargestellt für Funktionen, von denen die Anzahl der Primzahlen abhängt. Diese Funktionen haben starke Unregelmäßigkeiten. Sie streichen immer fort an der Grenze der Konvergenz herum. Aber Implicite hat hierdurch Riemann einen analytischen Ausdruck für die Anzahl der Primzahlen bis zu einer bestimmten Grenze hin gegeben. Sehr befriedigend aber ist dieser Ausdruck nicht. Es fehlt eine präzise Bestimmung, um zu erkennen, zwischen welchen Grenzen der Ausdruck liegt. Aber in den Analen der Mathematik ist diese Riemannsche Untersuchung ein zu bezeichnender Fortschritt. Das war Riemanns Forst. Das denkt Französisch. So wunderlich auch die Funktionen sind, ihre analytischen Ausdrücke zu machen, dass Riemann das konnte. Eigentlich war Croniker Funktion und kritischen Methoden in der Zahlentheorie gegenüber eher skeptisch. Hurwitz hat in seinen biografischen Notizen mal vermerkt, der rein arithmetische Weg zur Lösung einer arithmetischen Aufgabe, sagt Croniker, verhält sich zu dem Wege, der die Analysis, also Funktionentheorie, zur Hilfe nimmt, wie Handarbeit zur Maschinenarbeit. Während der einzelne Schritt bei der Handarbeit auch dem Nichtkenner plausibel ist, geschieht bei der Maschinenarbeit vieles innerhalb der Maschine, was dem Auge verborgen bleibt. Tja, andere haben einen etwas positiveren Klang, zum Beispiel H.J. Smith, den ich hier nach einer Arbeit von Patterson, Reading Riemann, zitiere, der über dieses Problem der Bestimmung oder des Wachstums der Funktion, die alle Primzahlen bis zu einer Grenze zählt, handelt. Und da ist einfach der letzte Satz wichtig, The Memoir of Bernard Riemann über die Anzahl der Primzahlen und einer gegebenen Größe, contains, so far as I am aware, the only investigation of the asymptotic frequency of the primes, which can be regarded as rigorous. Dann beginnt die Zeit, ich nenne hier nur einen Namen, weil er so schöne Thesen zu seiner Doktorarbeit gemacht hat, der analytischen Zahlentheorie. Es beginnt sich ein kleines Spezialgebiet innerhalb der Mathematik zu etablieren, welches sich insbesondere darum bemüht, diese Riemannschen Gedanken fortzusetzen und vielleicht dem Beweis der Vermutung näher zu kommen. Edmund Landau ist ein bedeutender Vertreter und seine Dissertation Berlin 1899 handelt in der Tat von einem Thema, das dazugehört. Allerdings sehen Sie das, die Möbel ist egal. Weswegen ich das zeige, ist damals, leider ist das ja heute nicht mehr so, wenn man eine Promotion macht, dann musste man Thesen aufstellen und es gab Opponenten, die Opponenten sind hier auch erwähnt, Steinitz ist dabei, und da musste man diese Thesen gegenüber den Opponenten verteidigen. Er hat also fünf Thesen, wie das so üblich war, die letzte, es ist nicht gelungen, die Psychologie auf exakt mathematischer Grundlage zu begründen, 1899, relativ vielleicht leicht zu, aber die zweite ist interessant. Eine Grenze, sagt Landau, zwischen den arithmetischen und den analytischen Gebieten der Mathematik kann nicht gezogen werden. Das war er bereit, gegen einen Opponenten zu verteidigen. Also eine andere Darstellung als etwa das Zitat von Kronecker, wo zwischen Handarbeit und Maschinenarbeit die Rede war. Er ist ein außerordentlich produktiver Mathematiker und ein außerordentlich sorgfältiger Leser, außerdem ein außerordentlich reicher Mann, besonders nach seiner Heirat noch reicher, und hat in seiner Bibliothek komplette Serien aller Journale des 19. Jahrhunderts, die er auch liest und benutzt. Und auf solcher Basis veröffentlicht er dann 1909, damals gerade eben Professor in Göttingen geworden, das Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, das am Anfang einen historischen Abriss, nicht wie ein Historiker das machen würde, aber ein sehr, sehr detailliert, gut nachgewiesener und sehr schön erklärter historischer Abgriff, der Abriss der Entwicklungen, die passiert sind seit 1859, Riemann, also auch schon vorher, Chebyschev insbesondere, aber dann speziell seit Riemann bis 1909. Das wird nicht von allen geschätzt. Es geht darum, 1917, eine Stelle ist frei in Berlin, soll man Landau von Göttingen nach Berlin zurückberufen. Und sein früherer Lehrer, in gewissem Sinne Frobenius, schreibt mit an dem folgenden Gutachten, das lesen wir uns jetzt mal, führen wir uns jetzt mal zu Gemüte. Er, Landau, ist ein ungewöhnlich fleißiger und begabter Mann, wenn ein Gutachten schon so anfängt, aber etwas einseitig der analytischen Zahlentheorie zugewandt. Landau und Schur sind die vorzüglichsten Gelehrten, die in den letzten 25 Jahren aus der Schule des Herrn Frobenius hervorgegangen sind. Beide haben sich auf der gewonnenen arithmetischen und algebraischen Grundlage weiter nach vielen Seiten entwickelt und werden von den hiesigen Mathematikern sehr hoch geschätzt, nicht nur als wissenschaftliche Persönlichkeiten. Aber der vielseitige Schur verhält sich zu Landau wie das Genie zum Talent. Unter den Arbeiten von Schur sind viele von höchstem bleibenden Werte. Die Mehrzahl der Arbeiten von Landau würde, so schätzenswert sie heute sind, an dem Tage ihren Wert verlieren, wofür eine gewisse Vermutung von Riemann der vollständigen Beweis gelänge. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass Landau bei seinem Fleiß und seiner Begabung der Wissenschaft noch manche vorträgliche Arbeit von bleibenden Werte schenken wird. Schur, dessen einziger Fehler seine übergroße Bescheidenheit ist, hält selbst große Stücke auf Landau, mit dem ihn eine alte, feste Studienfreundschaft verbindet. In Erwägung all dieser Umstände konnte die Fakultät nicht daran denken, Landau als Ordinarius an einer Universität vorzuschlagen, wo Schur, dessen Karriere unter mancherlei Umständen gelitten hat, leider immer noch nur als Extraordinarius wirkt. Und jetzt kehren wir zu Henri Vey zurück. Das ist eine sehr späte Arbeit von ihm, 1974. Wir haben Vey vorher gesehen, als jemand der Hypothese darüber aufgestellt hat, wie vielleicht Eisenstein Riemann beeinflusst hat. Und das ist ein sehr schönes Englisch. Also das ist vielleicht die Arbeit von Vey, die das beste gesprochene, quasi gesprochene amerikanische Englisch enthält. Ich werde es trotzdem übersetzen. Es geht darum, wie man etwas, was man nicht definieren kann, bestimmt. Wenn ich Zahlentheorie rieche, glaube ich, dass ich sie erkenne. Und wenn ich etwas anderes rieche, erkenne ich das auch. Es gibt da zum Beispiel ein Gebiet in der Mathematik, ein ganz und gar gutes und legitimes Gebiet. Es ist ganz und gar gute Mathematik, das unangebrachterweise analytische Zahlentheorie genannt wird. In gewissem Sinne wurde es durch Riemann ins Leben gerufen, der definitiv kein Zahlentheoretiker war. Es wurde dann unter anderem von Adamaar und später Hardy, die habe ich nicht erwähnt, ich kann nicht alle erwähnen, Hardy war ein sehr guter Freund von Landau, weitergeführt, die auch keine Zahlentheoretiker waren. So wie ich die Dinge sehe, ist analytische Zahlentheorie keine Zahlentheorie. Dass es sich dabei um Analysis handelt, eine Analysis, die eben auf ein spezielles Problem angewendet wird, in dem zahlentheoretische Ausdrucke wie Primzahl oft vorkommen, erkennt man daran, dass es vor allem um Ungleichung und asymptotische Entwicklung geht. Für mich zeigt das, dass es sich um etwas anderes als Zahlentheorie handelt. Ich würde es in der Analysis einordnen, ebenso wie die Wahrscheinlichkeitstheorie ein Teil der Integrationstheorie ist, mit Maßen, die eben Gesamtmaß 1 haben, mit einem eigenen Vokabular. Diese letzte Anspielung greift in gewisser Weise 1974 zurück auf das, was André Weil in den 30er Jahren bei der Gründung der Gruppe Bourbaki in Bezug auf die Wahrscheinlichkeitstheorie versucht hat. Wir lernen, unter Mathematikern wird es einem nicht langweilig. Tatsächlich gibt es eine andere wichtige Entwicklung, die ganz unberührt davon ist, was man über dieses Spezialgebiet der analytischen Zahlentheorie denkt oder meint oder nicht und die auch nichts damit zu tun hat, was zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten an bedeutsamen Resultaten aus diesem Gebiet der Mathematik herausgekommen ist. Und das ist, dass man analoger zur Riemannschen Vermutung hat, die man beweisen kann, insbesondere für, sagen wir, Kurven über einem endlichen Körper, Kurven über einem Körper der Charakteristik P. Von diesen habe ich jetzt erstens selber sowieso keine Zeit mehr, im Einzelnen zu reden, aber wir haben heute Donnerstag. Das heißt, morgen ist Freitag und morgen werden Damaris und Valentin über weitere Entwicklungen vortragen, wo insbesondere auch diese genauer diskutiert werden. Dieses Analogon der Riemannschen Vermutung ist natürlich eine große Motivation zu denken, dass auch die Riemannsche Vermutung wahr sein könnte, aber es ist überhaupt kein Beweis. Und so finden wir doch in der heutigen Situation der Mathematik die Riemannschen Vermutung in ein großes, weites Netz von anderen Aussagen eingespannt, von denen einige beweisbar sind, die einen vielleicht eher positiv stimmen. Ich muss jetzt zum Schluss kommen, weil es 19 Uhr ist. Ich überschlage diese historische Sache und mache noch zwei Schlussbemerkungen. Ich habe ja ein bisschen aus der Biografie von Riemann erzählt, das hatte ich ziemlich spät in meinem Vortrag dann zugefügt, weil ich dachte, dass das interessieren konnte. Sein früher Tod vor seinem 40. Geburtstag war im Grunde genommen, er war krank, aber es war ein Kollateralschaden dieses Krieges, in dem sich Preußen das Königreich Hannover einverleibte, inklusive Welfenschatz, denn Riemann und seine Frau mussten aus Göttingen fliehen und das war ziemlich chaotisch und als sie dann in Italien ankamen, starb er. Zweite Schlussbemerkung. In den letzten Jahrzehnten gibt es eine Reihe von neuen Preisen, insbesondere für Mathematiker, Preise, die eine eigene Sparte für mathematische Leistungen haben, über das hinaus, was man vorzumachen hat, wie Shaw Prize, Breakthrough Prize. Von all diesen Preisen, auch von der Fields Medal, unterscheiden sich die Millenniums Awards, von denen einer ja Anlass für diese ganze Veranstaltung ist, dadurch, dass sie den Gegenstand der auszuzeichnenden Arbeit genau vorschreiben. Das einzige Analogon für diese Art von Preis, das wir in der Geschichte gesehen haben, war der Wolfskehlpreis für Fermas letzten Satz. Ein anderes, vageres Analogon wären Preise, die im 18. und 19. Jahrhundert für gewisse Themen von Akademien sehr spezifisch ausgesetzt wurden. Trotzdem, wenn wir das heute betrachten, oder als ich das hörte, die Nachricht um die Jahrtausendwende, dass es jetzt diese Millenniumspreise gab, da erinnerte mich das eher an die Logik von Schwerpunktförderung, wo man Geld in eine bestimmte Branche hineinpumpt, damit dort die Entwicklung schneller geht. Und ich sehe, das möchte ich auch in gewisser Weise als Frage an den Schluss stellen. Ich sehe keinen Beleg dafür, dass die Millenniumspreise diese Art von Effekt wirklich haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Norbert, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich möchte meine Emotionen auch dieses Mal gerne wieder mit allen teilen, insbesondere mit dir, Norbert. Deinen Nachbarn würde ich gerne kennenlernen. Der backt offensichtlich tollen Kuchen in tollen Formen und ihr habt im März leckeres Essen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns Leibniz Aufzeichnungen übersetzt. Denn die sehen zwar sehr schön aus, aber ich hätte es nicht daraus gelesen. Und deswegen vielen Dank, dass es Leute wie dich, insbesondere dich gibt, Norbert, die das für uns machen. Du übersetzt die Sprache von Zirkel und Lineal in die Sprache, wie du sagst, der Zahlen sehr schön formuliert. Und ich wäre gern dabei, wenn du Euclid versuchst, die Transzendenz von Pi zu erklären. Das ist bestimmt sehr spannend. Gauss, wie wir gestern gelernt haben, kann nicht nur zu Weihnachten nette Briefe schreiben, sondern er kann auch sehr bissige Briefe schreiben, wie ich heute von dir lernen musste. Das hat mich etwas irritiert. Ich habe auch gelernt, dass Schönheit eines Beweises durch einen Overkill wieder ein wenig reduziert wird. Das ist also nicht nur das Ergebnis interessant, sondern auch, wie man darauf kommt. Ich konnte nicht schnell genug mitschreiben, die Bemerkung, die du zitiert hast, dass Riemann das einzige Genie aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg sei oder sein könnte, hat mich ein wenig irritiert, da ich aus der Nähe komme. Aber nur aus der Nähe. Oh Gott, das ist mir jetzt peinlich. Das ist nicht schlimm. Ist ja nur die Nähe. Mich würde interessieren, wie Zahlentheorie wirklich riechen würde. Das kannst du vielleicht noch in Erfahrung bringen. Und wenn ich dir als Logiker sagen darf, wenn du sagst, du hast keine Zeit, Hadi zu erwähnen, dann stimmt das nicht. Denn du hast ihn ja erwähnt. Aber das nur am Rande. Norbert, vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Meine Damen und Herren, haben Sie Fragen an Herrn Schabacher? Ich gehe mal aus dem Licht, sodass ich Sie sehe. Der Christian und der Stefan sind stehenbereit, um ihre Fragen entgehen zu nehmen. Vielen Dank für den Mut, die erste Frage zu stellen. Das Mikrofon ist unterwegs. Herr Schabacher, würden Sie sich zutrauen, Fermat die Technik von Weils zu erklären? Na ja, also, nein, aber, nein, nein, gut, nein. Die Emotion dahinter ist toll. Gibt es weitere Fragen? Gerne. Die anderen haben ihre Chance gehabt. Ich wollte damit natürlich eigentlich noch einen Schritt in Richtung gehen, nämlich, wie groß ist die Chance, dass es einen vermarschen Beweis gibt, der jenseits der Theorie von Weils liegt. Also unterhalb dessen. Das ist ja der Overkill, aber gibt es vielleicht noch die einfache Mordversuche. Sieben Jahre bevor Andrew Weils zum ersten Mal bei einer Tagung, die dann in eine Party ausarbeitete, ausartete, in Cambridge verkündet hat, er könnte das jetzt beweisen, da war dann noch der Fehler drin, dauerte noch ein bisschen länger, habe ich gewettet mit einem mathematischen Kollegen, dass sieben Jahre vorher habe ich gewettet, dass in den nächsten zehn Jahren Fermat bewiesen wird, ohne mich festzulegen auf die Methode. Damals diskutierte man durchaus verschiedene, na ja, also es gab so, es flogen so Dinge durch den Raum. Ja, ich habe die Wette gewonnen, weil es ja Weils auf seine Methode geschafft hat. Tut mir leid, dazu kann ich nicht mehr sagen. Mal schauen. Mit deiner Wettbegeisterung und Erfahrung, muss ich zugeben, ist deine letzte These jetzt auch noch mal im anderen Licht für mich zu sehen. Dann vielleicht siehst du da wirklich mehr, nämlich eben keine Neuerung, wenn es denn bewiesen wird. Vielleicht haben Sie noch eine Meinung. Gibt es noch Fragen dazu? Ja, gerne. Christian vielleicht? Dankeschön. Denken Sie, es gibt einen Unterschied in den empirischen Wissenschaften bei der Lösung ihrer Probleme, die anders sind als in der Mathematik? Gehen die anders vor? Ja, ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen, aber ich meine, zunächst mal ist es ja einfach so, dass der Mathematik, also so wie die Mathematik sich konstituiert hat über die jetzten Jahrhunderte und Jahrtausende, eben die Mathematiker verlangen, dass ein Beweis geliefert wird. und das kann man ja in den empirischen Wissenschaften, ohnehin nicht in den empirischen Wissenschaften, stellen Sie Modelle auf, die dann immer weiter getestet werden. Na gut, das sind jetzt Allgemeinplätze, aber es gibt grundsätzliche Unterschiede. Das heißt aber nicht, dass es auch wieder in der Art, wie Beweise gesucht werden, eine derartige Vielfalt von heuristischen Verfahren gibt, zu denen auch experimentelle oder quasi-experimentelle Verfahren gehören, dass der Unterschied nicht so krass ist, wie er nach der ersten Aussage, die ich gemacht habe, vielleicht erscheinen mag. Aber dass es einen Unterschied gibt, würde ich schon sagen. Die Mathematik hat eine gewisse Sonderstellung durch diesen Status des Beweises. Das würde ich schon so sehen. Vielen Dank für die Frage und die Antwort. Ich würde an der Stelle gerne die Diskussion zwar nicht abbrechen, aber vielleicht verlagern. Wir haben noch einen zweiten Teil heute Abend für Sie. Das ist Ihnen bewusst. Wir freuen uns alle schon drauf. Wir würden jetzt eine kurze Pause machen. Sie haben draußen die Gelegenheit, einmal Luft zu schnappen und vielleicht zur Brezel zu greifen. Und wir würden Sie dann bitten, auf den Gong zu hören, der um 19.30 Uhr den zweiten Teil einläutet, was Sie bitte dazu dann bringt, auch wieder hier zu erscheinen. Vielen Dank, dass Sie erst mal so weit da sind. Bitte noch einen riesen und tosenden Applaus für unsere Vorträge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.